Herzlich Willkommen zur Weiterschau der Karte mit dem Marsch, wir fahren aktuell auf Feld 7 bis 10, um da gleich filmen zu lassen. Da ist doch hier ein Traktor drin. Feld 7 ist fertig. So, das ist gut. Kann auch gleich ein nächstes Ding machen. Schauen wir gleich nach. Mal schauen, wo unser Holger da hier die Punkte bis hat. Gut, das ist nur 12 bis 10. So da. Wir fahren mal gleich rauf. Und. Zwei, drei. Durchgenerierung. Zurück. Einstellen und speichern. Schwimmen. Feld. Stehen. Wenn wir jetzt auch 30 Meter sind. Reicht mal. Ja, sieht so aus. Ganz gut geschätzt. So. Feld 7. Einsteigen. Entlassen. Kurs löschen. Dann gehen wir kurz auf Mission. Das ist Menü. Ein anderes. Ein anderes. Ja, das sind viele. Wie ist der? Irgendwas hat das gut. Feld Nummer 2. Feld Nummer 2. Schauen wir mal. Wieso? Oder Samsung. 5,56. Dann können wir abschließen. Ein bisschen Geld kriegen. Wie ist der? Wie ist der? Geben wir auch noch viel. Aber auch noch ein bisschen. Auch wenn der ein bisschen komisch fährt zur Zeit. 10 fährt doch gerade die erste Runde. Der fährt zu 56. Das ist hier oben irgendwo. 71, 77. Oh je. Ja, weit weg. Gut, dann gehen wir mal hin an den Holz. Holz haben wir noch zu tun. Beziehungsweise Sägewerk. Das ist der Händler. Ja, wir müssen Sägespäne aufnehmen. Oder einen Hackschitzug. Und das fahren wir zur Felder zurück. Die gleich gegenüber ist. Kein Thema. Machen wir es. Ganz schnell. Bevor das Lager voll wird. Gut, das dauert noch ein bisschen. Holz haben wir noch zu liegen. Das ist gut. Dann können weiterhin Paletten posiert werden. Fürs Sägewerk soll noch einige Produktionen dazukommen? Ja. Gut, okay. Nein. Wir werden garantiert, wenn so die Arbeit nicht ausgeht. Sag mal so. Da habe ich keine Sorge. Ob wir nun ein paar Dinge mehr produzieren können oder nicht. Das ist dem auch wirklich egal. Aber wir könnten mehr produzieren. Die Option haben wir dann, ne? Da ist der Kollege. Das ist doch teuer. Oh, aufgeklappt. Das ist gut. Da kommt irgendwann eine Brücke. Wir haben Pech. Sollen wir gleich schnappen den Burschen. Sonst haben wir ein Problem. Weil. Weil. Zurück. Stopp. Die Sonne klappen. Das geht. Dann bei der nächsten Kreuzung. Wir haben dann Pech. Na gut Deutsch. Ein Laternenfall ein. Schilder weniger. Aber das sind Brücke meistens. Die Brücken sind meistens mit Kollision. Und dann. Boah, das war einmal ein Sprenger, wa? Ja. Dann können wir in der Olympiade gehen. So. Der wäre voll. Den fahren wir jetzt rüber zum. Und dann kommen. Ja. Haken schon zu. Äh. Peller zurück. Wir müssten dann ein bisschen Holz holen eigentlich normalerweise. Aber wir denken wir ihn brauchen noch nicht. Nur wenn wir Langeweile haben. In Anführungszeichen. Dann. Kriegen wir ja nie. So. Wir werden jetzt mal eine Runde ein bisschen größer fahren. Warum sich quälen, ne? So. Paletten müssen wir noch genug haben. Sieht doch gut aus, ne? Ja. Sieht sehr gut aus. So. Hier haben wir zuerst den hinteren. Den wollen wir mal erkennen. Aktuell so. Haben wir hier aktuell. Ja. Das ist schon was, ne? Kann auch quasi produzieren. Irgendwann können wir was verkaufen. Eigentlich sollen wir es im Winter machen. Wenn der Preis am besten ist. Ja. Ja. Wer wird schon lange warten, ne? So. Das geht auch. Wir schauen die beiden Hänger mal zum Hof zurück. Mal. Wie ist das ist. Das geht auch mal wieder. Mal sehen. Nrin. Wird schon schiefgegangen. So, dann machen wir gleich eine neue Halle. Für den Düngerstreuer gleich, dass die entsprechend unterbracht sind. So, den stören wir daneben. Dann müssten wir Ausmaß errichten. So, Halle, Gebäude. Müssen wir erst planieren, normalerweise. Ja, ich planiere vorher. Falls doch mal irgendwo ein Punkt ist, wo höher ist, ist die Halle automatisch auch höher. Also wenn wir es mal planieren. So, zur Zeit haben wir Anheben, Anleihen, also planieren. Wie werden wir den Modus ändern? Modus, Modus, Stärke. Radius ändern. Ne, wird nicht. Planieren, richtig. F1, kann man rotieren. F1, kann man auch ein bisschen größer machen. Planieren wollen wir ja die Höhe annehmen. Das heißt, links und rechts gedrückt halten. So laufen wir nicht in Gefahr, dass wir da plötzlich höher stechen, als ist bei der Marsch nicht so gefährlich. Aber man weiß ja nie, ne? So, dann machen wir gleich mal ein bisschen, nach oben, nach die Halle. Eine Halle bauen, eine Halle. Die haben wir, glaube ich, mit Licht. Mit Licht ist mir lieber. So, und ich drehen wir ein bisschen gleich. Na, dass wir uns drehen, das war nicht beabsichtigt. Rotieren. Mir geht's darum, dass die Fahrzeuge gleich die entsprechende, wo sie überstehen können, dass man nicht lange suchen müssen. Siehst du, steht. Rein theoretisch passt nur eine hin. Machen wir gleich, Risiko, wegen der Höhe, aber der Höhe dürfte doch nicht ein Problem sein. Okay. Das passt. Schön. Dann können wir unsere Fahrzeuge nicht entsprechend da hinstellen. Dann wollen wir gleich noch die Straße. Wie viel braucht noch? 56 Jahre angekommen? Oder? Ja. Die machen wir gleich. Fertig. Fahr mal rauf. Dann. 56 Jahre, wenn man austauscht. Ja, gut, ja. Das rät ja auch. Jetzt generieren. Da sind ja mehrere Fälle zum Arten. Zurück. Einstellen. Speichern. Düngen. Und. 50, 50, 50, 50, 50 Meter. So, wir werden noch fertig. Die vier brauchen wir noch eine Weile. Die zehn ist gleich fertig. Da gehen wir gleich noch rein. Ja, das braucht man ein bisschen. Also, wir bleiben gleich hier, weil das, äh, komplett die Meldung ist fertig. Dann können wir abwägen. Fängen wir mal. Einmal wenden noch. Und da kann der zum nächsten fahren. Dann fahren wir hin. So, fahren wir hin. 45, weit weg. Allgemein weit weg. Dann nehmen wir die Reihenfolge. Und dafür reicht ja alle mal aus, ne. Also, auf dem Acker kann er eh nicht mehr fahren. Verlauf nicht. Und so. Haben wir noch vielleicht keinen verdient. Ich muss hier mal zeigen. Wir müssen nur in die Schulen zurückfahren, ne. Aber das dürfen wir nicht vergessen. So, wir werden gleich passieren. Ich fahre hier und so. Verlauf nicht. Lassen. Zusammenklappen. So. Abschließen. So. 45. Den ziehe ich ein bisschen mehr mit da rein, weil meistens ganz gefährlich bei den Maus-Öffendlich schritten, weil nur geht sofort der Lenkrad auf die Fehlern, die raus ist, also der Motor geht auf der Außen, mehr oder weniger, ich kann zwar noch lenken, aber ohne Widerstand immer so blöd, fast 140 kmh, ne, das war eine Schwierigkeit, ne, aber zu schnell weil einfach den Fäll, weil da musst du eine Strecke mal finden, also den Kurs, weil wenn die Kurs einfach zu schnell führt, dann kriegt er das nicht gewöhnt. So, jetzt fährt er 140 kmh und wir können unseren 43 kmh gehen. So, Windermodus, 43 kmh, 2 kmh, 2 kmh, machen wir fertig, wenn wir gut aktivieren. aktivieren. Weichern. Weichern. Und, äh, 40 kmh. Also, 1 m. Großen Nachfall bei Hübe. Ja, gut. Wir haben nix. Wir haben nix. Wir haben nix. So, der arbeitet. Der unterwegs. Und der auch. Und der dürfte gleich fertig sein. ja leider müssen wir aktuell beide Karten fast parallel und dann fast parallel gleich arbeiten letzte Woche haben wir ein bisschen viel Holz gemacht, das machen wir durch den Düngen das ist leider ein bisschen blöd, wir sehen eigentlich auch mit vier Fahrzeugen, dass wir schnell das Fertig kriegen, da wir anfangs keine Einnahmequellen haben außer Missionen und das dauert noch ein bisschen, wir haben zwar fast Sommer, aber nur fast das Sägewerk muss arbeiten, das heißt, ich könnte jetzt gar nichts sagen, dass es schützt oder reist, reist oder reist, reist oder reist oder reist oder reist, wenn dann nicht leer ist, aber dann können wir nach und nach in der Pferde nicht ziehen ich nehme an die Stärkung, dass wir dann bald die Erntebottes gehen vielleicht geliebt man doch irgendwann mal beides zu entfernen oder beides zu tief einsteigen kann die Ernte wird aus dem Schülenkader ein bisschen länger dauern so, der ist fertig dann geben wir den auf, gleich nächste Mission 63, da kommen wir nicht hin nehmen wir 63 63 der hat noch sanft gekämpft, ne? gut, hat er mal gefunden 63, das läuft dann bleiben noch, also diese beiden Felder kriegt nicht Brücke müssten wir die Baustelle in Betrieb nehmen kostet Geld Zementwerk müssen wir bauen ja, Zementwerk wäre die erste Variante da muss man mal schauen, was Zementwerk braucht weiß ich noch nicht genau bei Gras wollte ich warten mit Heu, bis es soweit ist bis es soweit ist, bis es soweit ist, ist gut bis wir nötige bis es alles Reife, können wir Heu machen wir haben noch einzustellen hier wir haben noch einzustellen hier wir haben noch einen, und unsere Felder das ist noch nicht gewachsen und ich warten aber warten geht nicht ah, unser Zipi so, liebe Schmerz, das soll es zu heute geben dann danke fürs Heimschauen und wenn wir noch nicht wieder hingehen dann sehen wir uns morgen wieder und genüßt die Folge wenn ich kenne, wie es da ist tschüss